Ich bin der Martin Musner vom Wallinhof in Wolkenstein. Auf dem elterlichen Betrieb haben wir seit fünf Jahren angefangen, die Milch selber zu verarbeiten. Es werden verschiedene Käsesorten hergestellt und auch verschiedene Joghurte. Naturjoghurt und Waldfruchtjoghurt. Der Joghurt ist speziell, da er nur aus bester Milch hergestellt wird. Die Kühe fressen im Sommer Gras und im Winter nur bestes Almheu. Das schmeckt man im Joghurt wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017